Und damit herzlich willkommen zu Doom. Das ist ein Vorstellungsvideo, so wie ich es immer auf dem Hauptkanal mache, wenn ich auf dem Let's Play Kanal mit einem neuen Let's Play anfange, stelle ich das ganz kurz vor auf dem Hauptkanal. Also einfach ein Infovideo. Ich habe gestartet mit Doom als Let's Play. Für alle, die sich dafür interessieren, in der Infokarte ist alles verlinkt, sowohl mein Let's Play Kanal als auch die Playlist von Doom. Das heißt, Leute, die sich für das Spiel interessieren, ich würde mich sehr freuen, wenn man da mal reinschaut und sagt, hey, Doom ist voll mein Spiel, das gefällt mir. Da will ich das Let's Play davon gucken. In der Beschreibung ist übrigens alles nochmal verlinkt und auch noch ein Link zu Amazon. Das heißt, wenn ihr es kaufen möchtet, könnt ihr es da auch drüber machen und mich da so indirekt noch unterstützen. Ich habe hier jetzt nichts Gewalttätiges reingeschnitten. Das Spiel ist ab 18 und sehr, sehr brutal. Das heißt, die, die das nicht so gut verkraften, sollten das vielleicht dann nicht gucken. Gut, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns dann in Doom. Outro